ARD Text im Auftrag von Funk Sherlock, was ist mit Ihnen passiert? Wie ist Ihre reizende Begleitung? MI6, Sinclair Schon wieder Polente, war mir klar Die Gangster braucht Nadine? Ja, Nadine Alles mal überrumpelt Wie konnte das passieren? Sie war Sportländer Fack Der DDR Mies Soll ich keine Fahndung rausgeben? Doch nicht Sagen Sie mir mal Das war jetzt sehr unkompliziert Deutsche Chemists sind wirklich unspektakulär Stücktakulär